Hallo Freunde, heute endlich mal wieder eine Langzeit-Review und zwar zu einem Produkt, das ich anderthalb Jahre in Benutzung habe und zu dem ich mir jetzt eine abschließende Meinung erlaube. Und zwar zu Schuhen von Prabos Phantom Enkelgröße. Die schauen wir uns heute an. Hier einmal der Schuh ein bisschen in der Nahansicht für euch. Ich kann nicht die ganze Zeit auf einem Bein stehen, das heißt ich muss den zweiten Schuh auch wieder anziehen. So Freunde, der Prabos Enkel Phantom Schuh ist gedacht als Alltagsschuh mit gewissen Sicherheits- und Wetterschutz, der gleichzeitig auch für den spontanen Waldbesuch gedacht ist. Also für jemanden wie mich, der viel auch draußen unterwegs ist, nicht immer nur im Wald, aber auch auf Festivals, ein bisschen arbeiten, meinetwegen im Lager, wo auch immer, in der Handwerkshalle. Für sowas ist der Schuh gedacht und für sowas habe ich ihn auch benutzt. Wir schauen uns einmal ganz kurz, bevor wir zu meiner Meinung kommen, die allgemeinen Fakten zu dem Schuh an. Wir befinden uns in einem Preisbereich von etwa 180 Euro. Den Schuh gibt es in mehreren Farben und natürlich Schuhgrößen. Meinen habe ich in 48. Wir gehen einmal von unten nach oben im Schuh. Das heißt, der Schuh selbst hat eine Vibram-Sohle, die meiner Erfahrung nach rutschfest ist. Das ist eine andere Marke sozusagen. Ihr kennt das von Gore-Tex, die auch mit den Schuhherstellern zusammenarbeiten. Darüber befindet sich dann eine stoßdämpfende Schicht. Das heißt, der Schuh hat natürlich eine gewisse Dämpfung und das kann ich bestätigen. Eine Besonderheit an den Prabos-Schuhen, an diesem Speziellen, ist, dass er eine 2,5 mm dicke Kevlar-Schicht darüber hat. Das heißt, wir können zum Beispiel durchaus auf einen Nagel rauftreten. Ich habe da selber mal Tests mitgemacht, wie das so ist, wenn zum Beispiel ein Nagel einfach 90 Grad herausragt und man mit den Schuhen drauf tritt. Man ist geschützt. Zumindest natürlich bis zu einem gewissen Grad. Wenn ein 10-Tonnen-Laster einem über den Schuh fährt, dann schützt einen keinen Schuh mehr. Wir haben einen Rundherum-Stoßschutz. Hinten eine erhöhte Ferse, um besser in die Schuhe reinzukommen, um ein bisschen mehr Steifigkeit und ein bisschen mehr Sicherheit zu bekommen. Und vorne natürlich auch ein extra Schlagschutz. Der Schuh ist aus Nubuk-Leder gefertigt und teilweise aus Kodura-Material. In der Größe 43 hat ein Schuh 660 Gramm als Gewicht. In meiner Größe natürlich mehr. Ja, wir haben hier also ein ordentliches Paar Schuhe, das auch ein ordentliches Gewicht an den Tag legt. Das ist bei solchen wandertauglichen, aber auch sicherheitstauglichen Schuhen natürlich der Fall. Gleichzeitig haben wir hier aber einen Mittelweg. Das heißt, wir haben nicht mega schwere Botten, die wirklich sich wie Blei an den Füßen fühlen, sondern etwas im Mittelbereich, womit wir auch noch ein bisschen Strecke machen können, womit wir im Alltag angenehm rumlaufen können. Das muss ich einmal ganz kurz vorlesen, denn die Spezifikation nach Norm EN ISO 20347 für Berufsschuhe und zwar in dem Ausmaß. Oh Gott. 02, Durchtrittsschutz und wasserabweisend. FO, Kohlenwasserstoffbehandelbeständige Schuhe. WR, Wasserdichte Schuhe. HI, Hitzeisolierende Schuhe. CI, Kälteisolierende Schuhe. HRO, Hitzebeständige Sohle. SRC, Rutschhemmung der höchsten Klasse. Ui. Wir sehen also, hier wurde sich richtig Mühe gegeben, einen vernünftigen Alltagsschuh, der auch für härtere Anforderungen zurechtkommt, zu produzieren. Und das wurde meiner Meinung nach erreicht. Ich habe den Schuh ja jetzt schon einige Jahre, anderthalb um genau zu sein, in Benutzung. Habe auch schon den Vagabund. Das ist eher ein für Wanderung ausgelegter Schuh in Benutzung. Beide Schuhpaare trage ich praktisch täglich. Ich wechsle zwischen den Vagabund und den Phantom immer hin und her, je nachdem, was ich machen möchte. Beide Schuhe sind super, meiner Meinung nach, und haben ein gutes, wirklich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich habe schon einige Schuhe ausprobiert. Wir haben hier einen Schuh, der sich meiner Meinung nach ungefähr in der Mittelklasse vom Preis her einpendelt. Hat aber eine sehr, sehr gute Qualität. Sehr langlebig. Ich habe meine schon mehrfach auch gepflegt. Sie sehen danach immer wieder gut aus. Sie sind danach wieder wasserdicht. Es funktioniert alles super. Vom Tragekomfort kann ich auch nichts Negatives sagen. Das heißt, wir haben ein angenehmes Fußgefühl. Wir schwitzen nicht zu sehr. Wir haben aber auch nicht zu sehr Kälte am Fuß. Das heißt, er wärmt auch vernünftig. Wir haben da dann einen angenehmen Komfort, Tragekomfort, auch für dickere Füße, wie meine das sind. Häuptling Plattfuß sagt man ja so gerne. Bud Spencer war ja auch ein Plattfuß. Für solche Menschen sind diese Schuhe in Ordnung. Vor allen Dingen, weil sie auch bis 49 bestellbar sind. Da müsst ihr allerdings vorher ein bisschen auf das Modell gucken, welche Größe gerade verfügbar sind. Ich habe aber gerade noch mal reingeguckt. Zum Beispiel die Phantom zum Erstellen dieses Videos. Genau die, die ich anhabe, sind bis 49 verfügbar. Die ganzen Schuhe gibt es auch in unterschiedlichen Höhen. Die habe ich natürlich nicht getestet. Das heißt, ich habe nur den Mittelschuh, den Enkel getestet. Es gibt auch noch mal ganz hochschnürend. Und dann natürlich die klassischen Flachschuhe, wie man so schön sagt. Ich war da mit draußen im Wald. Klassisch im Alltag. Einkaufen, in der Stadt rumbummeln. Ich war damit unterwegs auf Festivals, in Schlamm etc. Ich war damit unterwegs auf Hügeltouren mit Geröll und Ähnlichem. Und in allen hat der Schuh vernünftig funktioniert. Ich habe da keine Bedenken mit, wenn ich den mitnehme auf längere Touren. Und deshalb erfüllt er einfach eine breite Bandbreite von Anforderungen und wurde deshalb mit dem Vagabond zusammen zu meinen Standardschuhen, mit denen ich praktisch jeden Tag rumlaufe. Viel mehr kann ich zu diesen Schuhen auch gar nichts sagen. Schau gerne mal, wenn dich weitere Informationen interessieren. Unten in die Videobeschreibung. Da habe ich Links rein gepackt zu sicherstadt.de, die diese Schuhe verkaufen. Bei den Schuhen findest du auch noch viele weitere Videos von zum Beispiel Testern, aber auch weitergehenden Informationen, die dich interessieren könnten. Dazu gibt es auch noch eine kleine Geschichte, wo dann die Schuhe produziert werden und so weiter und so fort. Das ist alles ein Schuh, der in der EU gefertigt wird, was ich immer sehr gut finde. Schau da gerne auf die Seite, da erfährst du noch mehr über die Geschichte von Brabos. Ich hoffe, das kleine Video hat dich unterhalten und du konntest ein paar Informationen bzw. Inspirationen mitnehmen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib doch gerne ein Like und schau dir weitere Videos auf meinem Ausrüstungskanal an. Dieser Kanal ist speziell nur für solche Reviews und Tests von Ausrüstung gedacht. Da wirst du bestimmt noch was finden, was dich interessiert. Ich hoffe, wir sehen uns bei den nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss, tschüss. Tschüss.